So, guten Morgen miteinander. Ich begrüsse euch zu einem neuen Video. Heute bin ich hier unterwegs mit Cyril, der sich hier gerade am anlegen ist. Und Stefan. Und wie ihr seht, hinten oben Stefan ist gerade die Burgruine vom Schauerberg. Und wir sind heute hier und probieren den neuen Trail vom Schauerberg runter auf Elk, den sie hier gemacht haben. Der startet irgendwo da vorne. Und ich bin gespannt. Der ist aufgegangen, als es so geregelt hat. Wir haben gefunden, wir probieren das, wenn es etwas trockener ist. Mal schauen, wie die Bedingungen sind. Ich unterstütze solche Sachen. Zürich Oberland Bike Trails, der Verein, der macht auch genau solche Sachen, unterstützt solche Projekte. Und wenn ihr hier aus der Region seid und das unterstützt, schaut doch unbedingt dort vorbei. Wenn ihr noch nicht sind, werdet ihr Mitglied. Ihr habt dort verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt auch einfach passiv Mitglied sein und so den Verein unterstützen. Genau, jetzt nehmen wir euch mit. Wird sicher geil. Bleibt auf jeden Fall dabei. Dann gehen wir schauen. Hier ist der Einstieg. Noch etwas zu früh da. Mal schauen, wie es ist. Mal schauen, jetzt haben wir die Pneu voll. Die Pneu zuerst mal leeren. Okay, schade. Und die Pneu. Ich höre hier, mein Map-Guard ist voll. Mal schauen, jetzt nicht mehr. Achtung. Ah, ich komme links an. Mal schauen, jetzt kommen wir die Pneu. Mal schauen, jetzt kommen wir hier rein. Mal schauen, jetzt kommen wir da weg. Mal schauen, jetzt kommen wir da abheßen. Mal schauen, ja. Ich habe bis jetzt noch nichts so schlimmer vorgelegt. Schön, schön, schön. Das ist cool gemacht, muss ich sagen. Ich habe noch etwas mehr abgerechnet. Es hat in diesem Fall nicht gelang, zwei Tage ohne Regen. Und dann kommt es gut. Ah! Ja, aber dann muss ich ihn catch the stick. Das habe ich cool gemacht. Aber ja, das wurde nicht die Jungs gesagt. So ist jetzt ein Trail. Oder einfach muss eine Woche trocken sein. So, wir sind jetzt auf dem uphill. Und es hat hier immer so grüne Tafeln. Auf allen Verbindungswegen sind die angeschrieben, wo eigentlich die Verbindungen durchgehen. Das haben sie echt gut gemacht. So, wären wir jetzt für den Start vom unteren Trail, also vom anderen. Ich glaube, der letzte. Schauen wir mal, wie hier die Bedingungen sind. Sie hat uns jetzt noch daraufhin gemacht. Der Familienverein ist hier am Haufen machen für die Tiere. Hallo miteinander. Danke vielmals für eure Arbeit. Ist es gut am Fahren? Super, megacool, danke. Danke vielmals. Ja, merci euch auch. So, genau. Der Familienverein macht hier für die Haufen, die sie verschanzen können. Und coole Sache. An dieser Stelle mal vielen Dank. So, geht's schon weiter im nächsten Teil. Genau, der Cyril hat uns wieder verlassen. Sein Akku war unten. Und ich dachte, dann nehme ich den uphill wieder Richtung Turbental, bevor der Akku ganz leer ist. Darum ist er da nicht dabei, was schade ist, weil da doch schon wesentlich besser ist als auf der anderen Seite. Ah, Trompele. Wie gesagt, ich füge ja natürlich die ganze Tour in die Videobeschreibung ein. Von Komoot aufgezeichnet. Und wir sind jetzt Turbental gestartet. Kann man natürlich auch adaptieren. Und am Schauenberg oben starten, damit man sich den uphill sparen kann. Uah, sehr cool. Wird in der Theorie da schon gehen. Oioioi. So, nochmal hier vier Linien. Und dann sind wir eigentlich da ja schon. Wieder auf dem Strassli. Zwischen Sektionen. Können wir schauen, oder? Easy. Easy. Rein da. Wow. So. Der Tray, den bin ich ja schonmal mit dem Dani gefahren. Im Winter. Den kennen wir ein bisschen. Aber natürlich einmal. Und ja, es war dort auch ziemlich rutschig. Für die, die das Video gesehen haben. Genau, dort haben wir noch Kerstin. Ohohoho. Ein Rutscher. Kerstin getroffen. Was heisst die Kerstin? Jetzt bin ich wieder unsicher. Ich hoffe, dass es mich kann. Auf jeden Fall. Karin. Vielleicht auch Karin. Karin ist ein Schnetzer. Es geht mir mega rein. Frau Karin, sorry. Ich bin mir völlig unsicher. Dafür gehe ich aber jetzt gerade noch schnell den Insta-Link von ihr ein. Sie fährt mega nice. Es war auch cool, sie zu treffen. Oh. Ah. Es geht weiter. Mal schauen. Wir sehen einen Single Tray. Ja genau, das ist die. Aber die sieht gar nicht schlecht aus jetzt. Die ist gut fahrbar. Die war im Winter mega scary dort. Ja, es ist doch ein wenig eng. Uiuiui. Stimmt sich. Und es ist nicht so einfach, je nachdem die Bine zu halten. Aber ein schöner, cooler Trail. Keine Ahnung, da geht es links und rechts. Weiss nicht, was hier besser ist. Ein Roller. Oh, 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 oh! Oh, oh! Wooh! Oh, oh! Die Linie oben. Oh, oh! Linee oben! Ah, geil! Ich gehe da langsam auf. Oh, sehr nice! Das ist ein cooler Trail. Noch ein wenig Abhilfe. Pech sage ich jetzt mal nicht, aber ein wenig Abhilfe. So, da gehts wieder ins Schluss von diesem Trail. Schön die Linie halten. Und noch ein Kipplein. Gut. Gut. Ja. Das war sehr geil. So, alle grünen Teffel haben uns hier raufgeführt. Das ist der Parkplatz am Schauerberg. Man kann natürlich auch die Runde von hier aus starten. Und schön hier rauf. So, wir sind wieder hier beim Schauerberg. Den Parkplatz haben wir gerade gesehen. Da unten, wo ihr parkieren könnt. Wenn ihr wirklich einfach diesen Loop machen wollt. Und dann sind es ein paar hundert Meter. Dann sind wir am Start von den Trails. Hier sind wir vorne gestartet. Es ist leider etwas matschiger gewesen, als erwartet. Tut mir leid für die Trails. Aber es ist gegangen. Vor allem die anderen Seite nach dem Verbindungs-Trail. Der letzte Trail war richtig gut. Mega Spass gemacht. Vielen Dank an dieser Stelle. Alle, die hier geholfen haben. Das unterstützt haben. Super Arbeit. Stefan und ich wünschen euch einen schönen Tag. Schönes Wochenende. Wenn ihr weitere Informationen braucht. Findet ihr es in der Videobeschreibung. Sonst schreibt es mir in die Kommentare. Schön, dass ihr dabei seid. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.